Im Süden der Russe hat die Aller im Raum Zelle überquert und hält jetzt Bundesstraße 191, Bundesstraße 3 sowie die Landstraße Verbindung Großgelen-Becke-Dorf in Vorbereitung für Angriff auf den Flughafen, unsere derzeitige Position. Auftrag unserer Kompanie ist Verzögern, Feind, Trauben, Kermannsburg und Südlich. Genauer Plan wird gleich mit den Gruppenführern und der Zugführung besprochen. Info für die zweite Halbgruppe, wir sitzen gleich am Sitzpunkt, ab das letzte Buddy-Team, rechte Seite, erste Buddy-Team, linke Straßenseiten, rechte Straßenseite, zweite Buddy-Team, linke Straßenseite, erste Buddy-Team und absitzen. Cardinata zu mir nach vorne, du fährst. Check. Frage, war die Team 2 auch absitzen? Negativ, nur die zweite Halbgruppe. So, zweite Halbgruppe, ungefähr 30 Meter vorm TPZ, Vorrücken, auf gleicher Höhe, beide Truppteile und auf geht's. Ist geil, wie sieht's bei euch aus, bei uns wird die Sicht jetzt schlechter. Bis jetzt gleichbleibend. Gleichbleibend, wir sehen nichts. Gleichbleibend scheiße, ja, wir sehen nichts, ja. Ja, alles klar, das ist so viel, wie wir jetzt auch sehen. Beste Voraussetzungen. Das Problem ist halt, ich wüsste keine Lösung, um mehr zu sehen, momentan. Das Gelände vor uns gibt einfach null her. Kontakt, 140 Grad, von meiner Position am Waldrand, ein Infanterist hat sich gerade hingelegt. Robert, bei uns im Zug? Robert, kannst du hier ungefähr ihre Position auch machen? Ja, bei das andere Team, das ist jetzt relativ weit weg. Bei den 140 Grad, ich muss... Ich markiere. Ja, krieg mal weiter, oder wie? Ja, krieg mal weiter, ne? Gut. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid, danke Robert. Ich hab nicht mit dem Kreis gerechnet. Oh, die sind direkt mit der Anziehung. Wir robben weiter nach vorne, an den einzelnen stehenden Baum rechts, nach vorne. Robert, war 20 Meter. Ging der Funk nicht durch? Doch, ging durch, alles gut. Der Infanterist, der Einzelne ist irgendwo links von uns im Wald. Ach wirklich? Ja. Also von denen hinten aus 140 Grad ist irgendwo links am Wald. Na, da hab ich ja gar keinen Bock. Der flankiert uns ja. Ja gut, Danny, da müssen wir natürlich auch mit Feinden rechnen, die im Wald sind und dann auf die Stadt vorstoßen, sollten wir da jetzt einen Angriff fragen, ne? Zurück robben ist nicht. Ja, also wenn wir mit Feinden im Wald rechnen müssen, dann können wir uns höchstens an die Stadt ran wagen, den Stadtausgang ein bisschen vermieden und dann täuschen wir den Angriff in Sturmpfad vor, du sammelst uns auf und dann verpissen wir uns wieder. Ja, check, Trennung, da sind noch mehr. Einer liegt im Busch, ich sehe Bewegung in den Bäumen dahinter, mindestens drei Leute. Jetzt wird es ungewöhnlich. Geschätzte Entfernung 386 Meter. Ja, geschätzte. Ja, von uns aus ungefähr 300 Meter. Alles klar, grün, wir kommen jetzt in der effektive, in der effektive Kampfreichweite einer feindlichen Patronie. Es entfände den Wald, es heißt, es heißt, es heißt, es heißt, es heißt, es heißt, wir können den Trupp Richtung 100 Grad ausrichten, falls Feindfeuer reinkommt, aber Sichtdeckung wahren, wir feuern erst, wenn auf uns gefeuert wurde. Es galt, da solltest du an Tiger weiter melden. 1-0-0, hast du es mitbekommen, ja. Ich habe mit dem MG3 Sicht auf den AT-Schützen, wenn der zuckt ein Holz hinum. Ich sehe da gar nichts im Wald. Oh doch, ich sehe da was. Hier, die Richtung, linksseitig, läuft von rechts nach links. Welche Gradzeit? Oh, scheiße, da siehst du meine Bekehrung nicht. 2.2er Team, schön in Sichtdeckung bleiben. Sichtlinie brechen. Bleib von hier rechts links. Danny, die kommen auf uns zu, die wollen definitiv was von uns. So, 4 Mann. Und ich glaube, die wollen nicht reden. Meinst du, wir wollen nicht auf dem Kampf vorbeikommen? 70. Auf einem Feld, auf einem Feld. Aber wenn wir so noch ein bisschen herankommen lassen, solange wir Sicht haben, haben wir eine richtig geile Flanke. Wir stehen ungefähr 90 Grad versetzt zu dem, zu denen. Solange die jetzt nicht gleich einschlagen und frontal auf euch zukommen, ist mir das Recht. Team Krön, perfekte Feuerposition. Auf offenem Feld, alle vier sichtbar. Da kommen auch noch mehr, selbst kriege ich gerade mitgeteilt. Trennung, da ist mindestens ein AT-Schutz dabei. Geh auf, sonst siehst du die vielleicht nicht. Ich schüsse, ich schüsse, ich schüsse. Gut. Check, grün, Priorität auf, AT-Schützen. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Die zwei am MG3, hat den AT-Schützen die ganze Zeit schon im Visio. Perfekt, jetzt die Trennung, da sind drei AT-Schützen, drei AT-Schützen, einmal rpg7, zweimal rpg26. Jetzt sind sie, wir sehen sie nicht mehr. Die laufen Richtung, die laufen Richtung Straße. Ja, die wollen jetzt was von uns. Wir müssen jetzt raus, MG ausrichten, bereithalten. Ausgerichtet, bereit. Schön, ruhig dann. Ja, was, was, was gewinnen wir denn dadurch? Ja, sie laufen weiter aufs MG3 zu. Warten, warten, bis ihr das weiß in den Augen sehen könnt. Die sind rund auf 250 Meter. Ja. Und bei uns wahrscheinlich irgendwo um die 150. LMG, fertig zum Bestreichen. Richtig. Nummer 3, feuer. Feuer, feuer. Feuer. Feuer einstellen. Fahrzeug, 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 Schützen, BMT oder irgendwie sowas. An, 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 an der Stadt. Schützen, Panzer. Schützen, Panzer. Alles klar, der Fuchs zurück. Zurück, 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 den Fuchs zurückziehen. Wir halten Stellung. Wir halten Stellung. Fuchs zurück, hinter die Bäume. Grün in Sichtdeckung, mindestens. Verstanden. Beide Team 2, Rauchwand bilden. Grün, zu uns zurückfallen. Im schnellsten Fuchs in Sichtdeckung. Das ist Selbstmord. Selbstmord. Wir sind voll an der Schusslinie. Nur mit Rauch. Dann Nebeln und raus. Dann Rauch aus, auf die Lange. Falsch, wir sehen, ich fahr grün in der Maktierung. Totaler Selbstmord, Alter. Ja. Ohne Rauch. Ja. Nebeln uns selber nochmal, wenns geht, ein bisschen mehr ein. Schauen wir mal, ob das was wird. Ach scheiße, jetzt zieht der weg auch noch. Denny, zurückziehen. Rauch rechts zu uns. Sind dabei. Ja, noch einer nach vorne. So. Ungefähr auf die Straße. Aber den Rauch... Beide Team 2 ebenfalls zurück. Go, 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 go. Ja, besser wird's nicht. Kommt jetzt. Wir kommen zurück. Jetzt können wir. Boah, der Wind steht richtig scheiße. Na, für uns geht's. Direkt weiter, oder? Direkt weiter, direkt weiter. Ja. Boah, die Team 2 ist noch im Passwort. Okay. Okay. Ja, scheiße, du vaule Sau. Kannst du nicht mehr? Bisschen, langsam. Langsam geht's noch. Ich gebe es zu den Büschen und warte da, ja? Hör auf zu lachen. Wir haben die beste Rauch bei TTT immer geschmissen. We will survive. Hey, hey. War doch effektiv, meine Güte. Was soll's. Ja, kann man irgendeiner ein gescheites Bild davon machen? Oh. Oh, 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 oh. Pfff, leg mich am Arsch, ich will überleben. Glock hat, Glock hat eine Hilfkameraar. Kalli raus, Toddy und Robert ab ins Fahrzeug, Fahrzeug bereit halten zurückzuziehen, Trennung, Kalli, AT bereit machen. Positions, Kalli, wo bist du? So, Grün, Blau, Grün übernimmt, Bushaltestelle dahinter Deckung beziehen, wir, andere Straßenseite, Blechhütte. Bestanden. 3 und 4 aufgesetzt. Ist bereits, guck auf die Karte, check mal gegen, ob das richtig ist. Oh, meine, 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 meine. Lass dir ruhig Zeit. Grüne Stellung. Klöpfe einziehen, Artillerie kommt rein. Ja, der BTR steht da vorne rum. BTR 60, wie es aussieht, ein ganz altes Modell. Ja, ich gehe mal hier hinten, hinter dir. Der Kalli hat den im Blick, der kriegt den mit der AT raus. Safe? Frag das Kalli. Wenn er sich jetzt nicht bewegt, kriege ich den Safe raus. Dann jetzt oder nie, der bewegt sich nämlich gerade wieder, beziehungsweise er fängt damit an. Beständig, sobald ich genau an, genau an der Tag, er ist weg. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, check. Grün, blau, fertig machen für erneutes Vorrücken auf alte Position. So verstanden. Jetzt braucht man da auch nicht mehr gar so heimelig vor, ha? Das ist auch wieder wahr. Blau steht, grün, ihr könnt. Gut, dann gehen wir. Dann jetzt, wie gehabt, Toddy, Robert, raus in die Stellung. Kalli, wieder zurück auf MG-Position. Achtung, grün, sobald ihr angekommen seid, müsst ihr uns einmal kurz decken. Ich brauche definitiv bei einem von uns eine AT. Wenn ihr hier schon da vorne seid, nehmt euch ein Direkt für euer Kalli mit. Ja, das wird schwierig, weil wir alle Rucksäcke aufhaben. Ich würde euch gerne die RPG-7 mitnehmen lassen. Die hat mehr Schuss. Die RPG-26 sind einmal Werfer. Macht, wie ihr meint. Du bist vorne im Feld, nicht ich. Check. Die sind aber ordentlich weit draußen. Ich finde es auch besser, wenn wir noch gar hinzuhalten würden. Grün, ihr wechselt auf unsere Straßenseite. Wir machen Zwischensprung-Ziel bei Bäumen und springen dann erst an die Stellung der Feinde ran. Gut, wir machen es andersrum. Dann gehen wir mal zurück zur Blau. Ja, ja. Ich kann aber wirklich nur den Werfer aufnehmen. Dann viel Glück. Ja, ja, klar. Nein, nein, ich sammle den Werfer auf und dann geht es wieder zurück. Alles klar. Und, und, Blau, go. Huch, wo geht der denn? Ah. Ah. Das ganze Leichengedümmel liegt da auf 110. Ich gehe mal kurz ins Fernglas. Tun Sie das. Kontakt, äh, mögliche Infanterie 190 Grad am Waldrand. Distanz 400, 500 Meter. Bestätigt, die Eröffnung, beheizt das Feuer. Alles da, MG, wenn ihr uns nicht trefft, dann Feuer frei. Nein. Steady, Rauchwand aufbauen. Gut, ist sie hier, fasziniert. Sie müssen auch ein Rauchwand aufbauen. Hast du noch Rauch? Ich guck mal, ich guck mal. Raus mit dem Spaß. Ja, ist er verstanden. Anfall kann die Kugel gefressen, ich trage ihn zurück. Check, wir springen dann jetzt erst zurück zur Stellung von Grün, um Grün zu decken. Ja, check, so verstanden, behalte ich bitte die Kugeln zu schlagen, selbst hier hinten ein. Ich glaube, die haben irgendein schweres MG. Kali, wie viel Munition hast du für das Ding? Es sind noch sieben Kurde zu 120 Schuss. Kurze, präzise Feuerstöße. Check, genaue Entfernung bis dahinten, Waldkante. Warten wir einst. Rund 800 Meter. Bestätigt. Achtung, Scully, rote Rauchmarkierungen an Feindstellungen, die mit MG bestreichen. Scully, hau ein. Clock, Status. Auf halbem Weg zum Truppentransport. Ich brauche hier einen Fahrer, ich muss fünf Meter hoch. Ich bin unterwegs. Danny, Frage, sammeln, Bushaltestelle oder Truppentransport? Truppentransport. Shit, Freddy hat gefressen. Gute Position, soll stehen bleiben. Bring den A-Fassand hinter die, äh, oder ins Waldstück rein. Ich bin vorne an meinem Bäumchen. Nur das Bein, Ampa, das sieht nicht so schlimm aus. Clock, Status. Bin jetzt im Waldstück hinter dem Truppentransport, der Ampa hat einmal einen Ballen kassiert. Wunder ist soweit versorgt, er hat aber eine Haufenmengen an Blut verloren. Alles vollgesaut bei mir. Achtung, wir befinden uns Ostseitig. Halli, für den. Wir gehen jetzt von Waldstück aus durch Osten, aus Osten, durch Waldstück auf, MTV vor. Tolli, jetzt der Rückraum vom, äh, Fuchs frei. Positiv, 3, frei. Tolli, Robert in vorn, Stellung da vorne verharren, nach eigenem Ermessen zurückziehen. Ja, alles klar, Glock, kannst du zum MTB kommen? Also, Totti, bei mir schlagen die Kugeln ein. Bin ich knapft davor dran, ja. Bewego, äh, äh, auf, 2. Skaldu hast den quasi direkt da neben dir stehen. Der verbindet sich eben selbst. Check. Danny, kannst du kurz durchgeben? An Tiger? Mach ich, mach ich. Glock, verwundeten in den MTB. Oder vor den MTB. Der weigert sich aufzuwachen. Ja, übersorgen. Tiger vom Bravo kommt. Ja, die eine Wunde, der hat jetzt dicht. Totti, Robert, zurückziehen. Einer von euch beiden ans Mg, Totti. Ja, Bravo bestätigt. Frage, sie sagen, er ist Artillerie noch blockiert. Wir benötigen ebenfalls Artillerie-Schlag, komm. Robert? Ja? Ich brauch auf der anderen Seite der Rauchwand Aufklärung. Die kommen gleich hier durch die Rauchwand durch und dann stehen wir hier voll am Arsch. Okay. Ja, das LMG hilft, würd ich mal sagen, wa? Okay. Dann geh, hilf mit. Hier wird das temporäre Buddy-Team aufgehend. Glock ist Buddy-Team-Führung. Links an den Bäumen bleiben. Fick dich, Baum. Wir versuchen die Jungs hier hochzukriegen, ziehen uns zurück, formier uns neu. Hier, ich bin rechts von dir. Check. Denkt an, bitte feinkontakte, 2,00 Grad. Ja, die laufen auf uns zu. Ich hab jetzt grad Kontakt Richtung 200. Zwischen den Büschen. Glock, Freikontakte so gut, das geht auf Karte markieren. Und wenn möglich bekämpfen, ansonsten stillhalten. Dann kümmert sich die Artillerie drum. Ich hab hier ehrlich keine Relation dazu, wo sich die grad im Dickicht befinden. Ich kann das nicht zur Straße markieren. Ja, passt mal. Jetzt hält die bestimmt auf, sie wird da unten auf. Bisschen weiter links, ein bisschen perfekter im Freund. Ja, ich hab nur noch 3 Stunden, bis ich da war. Toddy, 2,004 Grad. Ja, dann spar besser mal. Ja, 2,004. 2,004, 7 Meter. Zwischenbäumen. Einweist. Wie viel Meter? Zwo, fünf, neun. Yo, 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 alles klar. Robert, kommen die Schüsse an? Unterlaufen, Granaten bereit machen. Ja, es ist bereit. Danny, weise dich ein. Ich hab aktuell keine Sicht. Weiter feuern. Kann mal jemand einen Pönnick hier anlegen am Abend? Robert, wir gehen mal ein Stück nach links. Das wird mir zu gefährlich. Ja. Achtung, Rote Rauchgranate von mir in Feinstellung gefeuert. Ja, die haben wir wieder Sicht. Robert, Unterlauf raus. Ja. Feuer nach eigenem Emessen, Robert. Das ist ein G3. Eventuell eigenweise. Ich hab keine Sicht auf das Tier. Äh, wir haben keine Unterlaufgranaten mehr. Ja. Lade. Du hast jetzt schon keine Unterlaufgranaten mehr? Ja. Frisst du die, Dinger? Nee, die gingen alle auf die Feinde. So, check. Trotzdem weiterfeuern. Wehr dich irgendwie. Hinten wo ist noch vier Magazinen fürs MG3. Alles klar, MG3 Feuer. Ja, check. Verbind dich. Ja. Die sind hinterm Baum hinter dir. Ja. Halt dich. Halt dich. Halt dich. Ich bin nicht starkzellig. Gut, sehr gut. Ähm, die vier ganz leicht am Arm verwundet, aber noch weiter kampffähig. Gut verstanden. Selbstständig versorgen. Und im Auge behalten. Nicht, dass du uns nachher im Feld umkippst. Klopp? Ja. Ich bin zu, zu Zeta. Rechts hinter dir am Baum. Hört dich, ja. Okay. Jetzt hat er keine Bewegungen mehr auszumachen. Na, positiv. Ich konnte auch niemanden mehr sehen. Okay, irgendwo noch ein einzelner Schütze. Okay, das ist knapp bei mir. Der schießt sich auf mich an. Ich hoffe, du erwischt die Artikel. Ja. Ja. In die Anleitung. Dann kamen mal auf. Drei mal auf. Drei mal auf. Drei mal auf. Drei mal auf. Ah, der Hohen, den kann ich nicht sehen MG3 hat keine Sicht Wir hier vorne leider auch nicht Komm, warte kurz vorher, ich hab wieder Sicht auf dich Ja Hast du ne Gradzahl? Äh, zwei Mann, ich hab grad bisschen gefressen 210 ungefähr Ah, ich auch, ich hab uns getroffen, ah, ich bin getroffen Ich hab einen von den beiden Aktuell waren es noch zwei Ziele, die auf uns zugingen Einer davon ist bekämpft, der andere sind dickig verschwunden Unsere Position ungefähr 200 Grad Oh, ein Kopfschuss, charmant Ja, bestätigt Haltet ein Auge drauf, aber haltet auch das restliche Vorfeld im Auge Falls der Feind mit großem Druck angreift, grobe Zielbereiche markieren für Artillerie Kommt Gut verstanden Sammelt die Verwundeten auf, ab aufs Fahrzeug, wir ziehen ab Gut, zurück Ja Alles klar Clock, zurück MG frei machen Die hat natürlich wieder am Kopf passiert Fahrer ist besetzen Ah, klar Dafür haben wir räumlich aufgeräumt, da vorne Dann hier sitzt auf Auf, den ich bin ja aus 4 sitzt Frage, Fahrer ist besetzt Positiv, Fahrer besetzt Gut, 7 sitzt Motorstart, ab zurück Treti, kannst du mich nähen, dann habe ich kein Blutfall Das ist wenn ich muss, dass wir hier um den beiden Kanteil fast gemacht Okay, verstehe